Hallo liebe Freunde von Elpanemotions, ich bin euer Fritz Scherndoner hier zwischen dem wilden Kaiser und dem Kitzbühler Horn und ich zeige euch heute die neue Lage des neuen Alpenparks-Projektes. Hier werden in Kütze neue Ferienabartements entstehen und zwar ist es genau hier, wo hier dieses alte Hotel steht. Das wird abgerissen und an der Stelle wird dann das neue Projekt errichtet und zwar wie schon gesagt sind wir genau zwischen dem wilden Kaiser und ich schwenke rüber, da oben haben wir das Kitzbühler Horn, hier hinten sind es die Liftanlagen, man kommt hier direkt mit den Schieren her zum Projekt, über diese Piste runter und zwar genau bis vor die Haustürre des neuen Projektes. Ich freue mich schon Sie bald hier begrüßen zu dürfen und Ihnen das neue Projekt präsentieren zu können. Machen Sie einen Termin mit mir aus, schauen Sie auf unsere Homepage www.alpine-emotions.com und bis bald, euer Fritz Scherndoner, bis die Grüße.